Jo Leute, was geht es für The Devil of Tanks, kommt zu einer weiteren Runde WUT-TX-Matches und ja, am Start ist der IS-4, dann geht es mit dem IS-7 weiter und natürlich dem Objekt 263-68 und dann wieder von vorne. Ja, da wir den 10er weggemacht haben, geht es ein bisschen schneller voran mit den 10ern. Ja, heute ist der IS-4 am Start. Ihr seht, meine Gesundheit ist irgendwie nicht so gerade da, wie sie sein sollte, aber naja. Ihr hört im Hintergrund ein bisschen Musik, ich hoffe, die ist nicht zu laut. Über die GEMA und so weiter, glaube ich, wird es nicht irgendwie stören oder so, weil das ist komplett nur Remix und Remix sind meistens nicht GEMA-geschützt. Genau. Und ja, dann schauen wir mal. Wir legen jetzt das erste Match los. Ich hoffe, ich bin nicht zu leise und die Musik übertönt alles. Das tue ich jetzt einfach mal so rein in YouTube und dann schauen wir mal, wie es läuft. Schade eigentlich, ich würde gerne eigentlich Musik mal laufen lassen, weil das machen viele YouTuber so und ich, ehrlich gesagt, habe dann ein bisschen, ja, musikale Unterstützung bei mir und dann ist es nicht so langweilig zu zocken. Teilweise ist es schon manchmal langweilig, wenn man zum Beispiel gerade schon gespielt hat, mit 10 oder so. Kann es ein bisschen langweilig werden. Naja, gut, dann legen wir mal los. 10er-Match IS-4, top tier, sofort, wunderbar. Schauen wir mal. Das Ziel dritter Stern, nein, Scherz. Das Ziel ist einfach nur, den Panzer so gut zu meistern, wie es nur geht. Denn das ist natürlich das, ja, Hauptziel bei mir, bei den Panzern immer, sie so gut zu spielen zu können, wie es nur geht. Zum Beispiel wie den IS, wie den IS-3, den ich ja auch ziemlich ganz gut spielen kann, T-34-85 und so weiter. Aber ich bin halt speziell auf schwerer Panzer, wie so auch immer. Ich mag sie einfach. 2-Mail-100 müsste ich noch spielen. Ehrlich gesagt, denke ich mal gerade darüber nach, ob ich da wirklich jetzt noch spielen sollte. Weil, ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viele Medium-Replays rausgehauen. Und ich würde gerne da, ja, mal andere Panzer-Typen auch raushauen. Ihr seht dabei, das kommt halt nur bei den Medium raus. Weiß ich auch nicht, wieso das so ist, aber, naja, man kann es ja nicht ändern. Ja, Kollege, dreh mich um. Na gut, ich bin halt langsam, da muss man sich ein bisschen gedulden. So, es gibt nur eine 10er-Arty. Leider wird sie sehr gefährlich sein für uns. Und mal schauen, Medium haben sie nur zwei. Das ist ein pures, ja, fast pures, schwerer Panzer-Match, aber das schafft man schon. Hier ist drei da, ich habe keine Ahnung, da. Aha, IS-7. Ich kämpfe ja gegen die höheren Tiere. Ich habe festgestellt, weil die Franzosen sind zwar schwach gepanzert und so weiter, aber sie haben einen fetten Durchschlag. Und der Durchschlag, ja, das heißt, im Menü-Schuss kommen sie bei dir teilweise, bei mir jetzt zum Beispiel, bei mir ist wie in die Platte einfach locker durch, ohne große Probleme. Finde ich ein bisschen schade, aber, naja, man kann das auch anwinkeln. Manchmal hilft es, manchmal nicht. Meistens nicht. Ach, in VOT bringt gar nichts anwinkeln. Nur halt, wenn du VK-4502B hast, das ist der richtige Panzer dafür zum Anwinkeln. Oder, ja, am besten gleich gerade stehen, weil da kommt bei dir keiner durch. So, E-100, IS-7, okay, bin ich gespannt. Wir müssen so vorsichtig sein. Ich habe nur keine Unterstützung, das ist ein bisschen kranker. Schauen wir mal, wir bleiben einfach hier stehen, auf der Linie hier. Wunderbar. Ohne Damage gleich, gefällt mir. Ich bin beschäftigt. Und dann schauen wir mal, ja, ich wurde gerade gerufen, aber gecheckt haben sie schnell. So, 500 Damage haben wir den gemacht. Löwe ist schon down, ich bin alleine. Läuft doch. Wunderbar. Ich mache ihn kein Ketten-Damage, was ich sehr geil finde. Jeder kommt bei mir einfach durch. Finde ich geil. Ich habe meine Verstärkung noch nicht da. Bin so gut wie tot schon. Geiles Team. Geiles Team. Dann macht mir 600 Damage der Kerl. Und da kommt bei mir einfach durch. Frage ich Gold. Dann. Schaffen wir, schauen wir mal. Wenn er nicht antwortet, dann ja. Wenn er antwortet, dann schauen wir mal was haben. Wenn er nicht antwortet. Na gut, dann antwortet er nicht. Dann kriegt er ein Report von mir. Erstmal für einen Bot. Und zweitens für unfaire Spielweise. Wunderbar. Das war der richtige, ja. Gut, dann müssen wir warten, sage ich mal so. Denn das ist natürlich schnell gegangen. Ihr seht, ich demonstriere euch immer am besten das mit den Zehner. Weil die Zehner einfach, weißt ihr, wisst ihr, Zehner sind. Ich dachte, Zehner sind gut. Also früher noch, wo das Gold nicht mit Spielgeld kaufbar war. Da konnte sich nicht jeder es leisten. Und wollte nicht jeder Geld dafür ausgeben. Und jetzt Spielgeld ausgeben. Zack, jeder kommt bei dir durch. Panzerung. Unnötig. Sag ich mal so. Einfach als im Wort ins Raum geworfen. Weil teilweise ist sie wirklich überflüssig, die Panzerung. Die Panzer sind einfach nur da, um zu fahren. Und ein Geschütz zu haben. Panzerung. Nein. Zum Beispiel, ich habe gerade den 100 angewinkelt. Und der hat 200, was hat er da, 230, 238 vielleicht Durchschlag. Und er kommt bei mir nicht durch. Also ich habe ihn noch angewinkelt, fertig. Da hat er schon keine Chance mehr. Nein, er kommt durch, also Gold. Und mit Gold hat er halt schon 300 Durchschlag. Und was soll ich da winkeln? Weil da ist der Durchschlag halt mehr, als meine Panzerung da überhaupt zeigen kann. Finde ich scheiße, sowas. Aber, wisst ihr, das ist halt so ein Grundaufhören mit VRT. Weil Entwickler einfach nur behindert sind in der Burner. Aber, ah, habe ich ja schon letztens gesagt. Wie ich wiederhole mich gerne, ne. Also schauen wir mal. 5,8. Ja, habe heute sehr viel verloren. Sehr viel sogar. Schon schade eigentlich. Vor allem mit dem T450 habe ich gezockt. Machst du ein Match, machst du 6.000 Damage. Und der Rest, verreckt. Und die waren sogar mehr auf einer Seite. Und wir waren zu dritt auf der anderen. Und wir haben länger überlebt. Verstehe nicht, wieso. Leute gibt, die spielen mit 8er und 7er. Und können die Panzer einfach nicht spielen. Und dann. Ach, sowas trauriges. Ich wünschte, man könnte die Noobs teilen. Und die Noobs in einen eigenen Server reinwerfen. Und die normalen Spieler bis gute Spieler, also normal und gut, in einen anderen. Weil die Noobs, die brauchen wir hier nicht. Weil das ist einfach nur Zeitverschwendung. Weil der Matching Maker, der wirft Leute so rein, wie er will. Das heißt, er schaut nicht nach Stufe, er guckt, ich glaube doch, er guckt schon nach, nein, er guckt eigentlich nicht nach Stufe. Er guckt irgendwie nach irgendwas anderes. Nach Gleichheit vom Skill oder sowas. Keine Ahnung, guckt er da. Und ja, schafft er nicht mal das hier zu machen. Mit dem Skill und so weiter. Leute kommen dann, sind vielleicht gut. Aber zack, reißen, nichts im Match. Kann ja passieren. Ich sage ja nicht, dass das jetzt Standard ist oder so. Aber kann ja passieren, dass du nicht reißt. Ich reiße ja auch meistens oder oft. Matches nicht, die ich, ja, obwohl ich den ganz gut sein sollte. Ja, verkacke ich halt. Ein falscher Schachzug von mir. Falsch durchdacht und das war's dann auch. Das spielt der Kollege hier, macht ganz gutes Match. Äh, sechster Kill für ihn jetzt, wunderbar. Aber er wird nicht weit kommen, denn IS-3, wie ich geraten habe, IS-3 Wandsch hattet den. Ja, IS-3 kämpft, Löwe kämpft. Vor allem noch das Campen ist ein ganz großer, ja, ja, Minus, sage ich mal. Es ist Campen ja nicht nur ein, äh, Scharfschütze, sondern es campen gleich schwere Panzer und Medium. Und so weiter. Auch scheiße, sowas natürlich. Und der Kollege kommt mit seinem Geschütz gar nicht durch bei seinen Gegnern. Und das ist nur ein Löwe. Und das ist ein deutscher Spieler, weil Ger, ja, down ist er. So schnell, ein schnelles Match. Ich bin schnell verreckt, ja. Schauen wir mal. Wie das zweite Match wird. Die Möp war eigentlich ganz gut, aber es sieht halt nicht immer so gut aus für die. Dass ich den gekettet habe, wundert mich gerade hart. Oh, weil sehr viel Damage gemacht ist, das ist schon mal immerhin etwas. Ja, ich bin viel ins Minus gekommen. Ich schwenke immer zwischen 12.100.000 und 13.000.000. Also bei mir wird es nicht besser oder schlechter. Dafür läuft es nicht im Match nicht so gut. Und, what the fuck? Habt ihr das gerade gesehen? Das war ja geil. Das hat sich gerade erst alles aufgebaut. Schatten und so weiter. Das passiert ja auch manchmal. Ja, okay, dann schauen wir mal. Zwei Artis, diesmal spiel ich mal ein bisschen genauer. Ich hoffe, ich werde nicht gepusht. Weil ich schätze mich immer selber so stark ein. Und da gucke ich, aha, wir haben, wir haben eine ganze vier schwere Panzer. Ich bin alleine als Zehner. Das ist schon mal ein Matchmaking. Wir haben zwei TDs, die haben, ja gut, die haben da unten noch TDs. Zwei Artis jeweils. Das einzige, was die mal ausgleichen können, sind die Artis. Das ist immer bei denen leicht, aber Scharfschützen oder schwere Panzer oder Medium-Panzer können die nicht so gut ausgleichen. So was ist halt richtig scheiße. Wisst ihr was, ich fahre links. Ich bin immer rechts gefahren, jetzt fahre ich links, weil da eh fahren so wenig Leute hin. Schauen wir mal, was wir machen können. Teilweise müssen wir ja nur halten und die da hinten pushen. Und das war's auch, größtenteils. Hier weiß ich auch nicht, wo die Medium hinfahren sollten. Also wo der Leopard jetzt hinfährt, weiß ich nicht, ob das eine gute oder schlechte Idee ist. Denn da kenne ich mich nicht aus. Der Heavy fährt eigentlich meistens hier hin. Bin ich früher auch immer hingefahren, muss ich mich jetzt mal wieder angewöhnen. Schauen wir mal, wie es hier läuft. Teilweise kann man hier viel Damage machen, aber tanken halt nicht. Ich weiß nur, dass die Art hier dann nicht rankommt. Aus dieser Position. Da eine fährt schon drüber, die bin ich zu langsam. Der ist schon der zweite. Jagdpanther 2, wunderbar. Okay, die sind schon dahinter gefahren. Dann fahre ich mal, boah, ich hoffe, ich werde da nichts zerlegt. Da ist IS4 runtergefahren schon. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Der hat noch volles Leben, der hat gar nichts verloren. Jetzt hat er was verloren. Wunderbar. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Da ist der IS7. Schon mal nicht so gut. Ich muss immer auf meine Kollege achten, weil sonst sieht es nicht so gut aus. Der IS4 wurde gerade genutzt und zwar auf harter Basis. Das Volumen ist wunderbar. Der IS3 ist runtergefallen. Wunderbar. Ja, jetzt wird es witzig, weil die Kollegen können nicht viel machen. Wunderbar. TV30 ist da. Das ist kein Ding. Oh, wir haben sogar Vorteil. Können wir hier ein bisschen pushen. Oh, wir haben getankt. Da geben wir erstmal direkten Damage. Ich könnte auch in die untere Wand schießen, wenn ich wollte. Aber nicht so wichtig, denke ich mal im Moment. Seht ihr, er hat seinen Turm weggedreht und ich kann sofort da mehr Damage reinhauen, weil da weniger gepanzerung ist von allem. Ah, ja, tanker mein Baby. Scheiße, jetzt habe ich gerade so unnötig geschossen. Naja, sollte mal vorkommen. Hier ist ihm steht noch. Ich weiß gar nicht, wie das steht. Ah, ich stehe ganz komisch. Hat mir hier nur in die Kette geschossen und guck, 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 guck. Wunderbar. So viel Damage muss sein. Der Deliver kann mich mal. Aber er kommt bei mir durch. Was ich sehr geil finde, ehrlich gesagt. Ja, ich habe genug Durchschlag, um bei dir in die Seite sogar bis zu kommen, Kollege. Also da wüssten wir kein großer Gegner. 3, 2, 1. Wunderbar. E3. Katsching macht K3 oder nicht? Was macht denn da jetzt? Ah, scheiße, ich habe ihn in die indere Außenhülle geschossen. Ich wollte ja in die indere Seite schießen, aber naja, hat sich ja für uns gelohnt. Hauptsache keiner kommt von hinten. Okay, dann fahren wir mal weiter. Ja, nein, ich glaube nicht, dass er über... Ja, da kam untere Wanne durch, genau. Schlau war der Kollege. Schauen wir mal weiter. Zweites Match, 2 Kills, wunderbar. Sieg noch nicht in Sicht, sage ich mal. Captain, ja, aber Sieg ist noch nicht in Sicht. Also ihr seht schon die Puschen da hinten. Da wird es halt eng. Und das wundert mich ein bisschen. Die eine hat sich natürlich gleich übertrieben lassen. Also übertreiben hat sie lassen, aber naja, sollte sie ruhig machen. Aber ist weniger Arbeit für uns. Wir sind zu zweit, haben wir jetzt mehr Vorteile. Also 2, 10er. Die haben nur noch 3, wir sind jetzt noch 5 insgesamt. Wunderbar. Tiger 1 AC, okay, wunderbar. Mal noch Chancen. Aber wir sind ziemlich langsam. Der Kollege ist sogar schneller als ich fast. So liegt nämlich schwer. Und doch ein bisschen schneller. Ich glaube, ich glaube, der Objekt 261 ist oben. Hoffe ich mal, dass er das ist. Ist mir eigentlich wurscht, aber naja. So, haben wir doch einen erfolgreichen Push hier gemacht. Ah, da ist der Objekt, okay. Dann haben wir das schon mal geklärt. Nur noch 4 Gegner. Ihr seht nach einem guten Sieg aus. Wie sage ich mal. Sollte nicht so schlecht sein. Mal gucken, mal gucken. OP-Click. Was soll denn das heißen bitte? Da soll ich mich capen. Ich habe keine Angst vor den restlichen Gegnern. Da ist nur noch ein HR. Da ist der E100E. E5. Also Gefahr. In der Fahrt einfach rausgeknallt. Der Kollege war aber sehr schnell unterwegs zu mir. Ich weiß, wo der Kollege hingefahren ist. Der Objekt. Sonst wäre ich ja blöd. Naja, dort mit Damage gegeben. Ja, Abraum bringt ja gar nichts mehr, Kollege. Du hast null Panzerung. Ja, da spielen wir noch 1 gegen 1 hier. Zum Schluss. Uh, 1000 Damage noch Fanati kassiert. Das ist natürlich, ja. Eine Erleichterung. Sag ich mal. Hauptsache, ich verfehle jetzt nicht. Habe ich nur gekettet, da bin ich schon zufrieden. Ja, zieht es sich zurück, ziehe dich zurück, ziehe dich ruhig zurück. Ich bin schon nachgeladen. Ich bin schon nachgeladen, Kollege. Und ich habe mehr Masse als du. Also so wirst du da mehr Probleme haben als ich. Komm, wir ram dich weg, Mann. Du bist nichts wert. Schwerer Panzer. Und der 100 steht da hinten. Ach, schade. Ich hätte noch abdrücken können. 2 Sekunden mehr, dann hätte ich das geschafft. Hätten wir sogar 6. Kill gehabt. Wenn ich mich nicht irre. Genau, 6. Kill wäre das. 4000 Damage. Wunderbar. Gefällt mir das 2. Match. 17 Schüsse, 16 Treffer, 12 Durchschläge. Wunderbar. 2000 haben wir sogar getankt. Fast schon unser ganzes Leben getankt. Und zum letzten Match dann. Schauen wir mal, wie es laufen wird. War auf jeden Fall gar nicht so schlecht das 2. Match. Also erstens haben wir natürlich knallhart verloren. Ja, es ist halt schade. Also ich würde sogar mit dem 10er spielen. Aber halt mit Leuten, wo man sich absprechen kann. Weil da hast du mehr Chancen. Etwas mehr zu reißen. Weil im Zufallsgefecht, da ist es halt schwer. Weil es halt Zufall ist. Die Gegner sind halt unterschiedlich gut und schlau. Und wissen, wie man das Spiel richtig einplant. Also das Match halt. Wie man das richtig einplant. Und finde ich halt. Ja, ich habe mich eigentlich schon an die Ränderung gewöhnt. Aber jetzt nach dieser Zeit, wo das richtig viele Veränderungen vorgenommen wurden. Grafisch jetzt schon. Aber wo ich im IoT angefangen habe, war die Grafik eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich fand da gar nicht 2003 Grafik war da nicht so. Sondern da war schon nicht schlecht. Also wann habe ich angefangen? 2010, 11, 12 oder so. 2012 wahrscheinlich habe ich angefangen. Jetzt zocken also ist schon cool. Er redet mit mir oder was? Seit wann höre ich auf Leute? So ein Knecht. Leute, verlangsame dich und dann kannst du schon mal nicht auf den Meer kommen. Okay, wir haben Vorteil. Die haben nur Medium Panzer und was macht denn der Kerl? Meine Güte. Wir können hier eigentlich durchpushen. Nein, weil wir haben einfach drei schwere Panzer und die haben einen schweren Zehner. Ich konzentriere mich immer gleich auf meinen selben Zehner, damit ihr wisst. Also auf meine Stufe gleich. Damit ich weiß, alles klar, die sind gefährlich. Wann jemand anders, so lange. So, ja. Ich stehe da lieber nicht hin, weil sonst kommt die Art hier und macht zappzallab mit mir. Der Kollege steht eigentlich gar nicht so schlecht. Schauen wir mal. Boah, schubst mich bitte nicht. Querschläger. Ui. Interessant, was der da tanken kann. Naja. Schauen wir mal weiter. Ich fahre mal vor einfach. Da ist nur ein Jagdpanther. Der wird schon nicht wirklich gefährlich sein. Und das war's mit dem Jagdpanther. Solange ja, die mich nicht trifft, ist alles gut. Sag ich mal. Der kann da echt tanken, das glaube ich nicht. Der Kollege ist lebensmüde. Okay, das war interessant zu sehen. Ich kam bei einem AT15 nicht durch. Interessant. Ja, gepusht werden die halt von beiden Seiten einfach. Der hat 63. Der schießt jetzt schon mit Gold. Aber prall was er dann gab. Ich muss den Nippel eigentlich auch schießen, auch schießen, auch zielen, meinte ich. So, IHS-3 wendet sich jetzt zu mir, das ist klar. Weil sie vier Schnauzen haben sie nicht mehr. Töten wir den, der gefährlich ist. Ja, schieß mir die lieber in den Kopf erstmal. Aber es hat sich umgedreht. Wunderbar. Na, ich schätze, lange überleben sie das nicht mehr. Vor allem du nicht. Fast hätte ich das Geschütz getroffen. Ich habe eigentlich schon gezweifelt, dass ich das überhaupt, äh, dass ich den Kollegen dann noch treffe. Naja, EF-170 ist unten, ja. Ja, schauen wir mal, wie es laufen wird. Auf jeden Fall ist es sehr wichtig, dass wir hier ein Damage reindrücken. Wunderbar. Das ist sehr wichtig. Äh, schauen wir mal. EF-170 ist da hinten. IHS-3-Tiger-2, wenn nicht so gefährliche Gegner seid für uns. Ich bin ziemlich nach voll. Wunderbar. Das ist das Vorteil an dem geilsten, an dem Panzer. Du kriegst keinen Amorak. Von niemandem. Nicht mal von dem FV-214-B oder 83. Also, du kriegst, das kann passieren, dass du mal 1600 Damage kriegst. Klar, aber im Kriegskamera, weil mit dem Panzer habe ich noch nie einmal kassiert. Doch einmal habe ich bekommen, aber da war ich schon zur Hälfte tot. Deswegen war das... Ja, er hat mich sofort angekrittelt und sonst so weiter. Hat er mich gleich fast genutzt. Da habe ich jetzt nichts mehr gesagt, aber... Okay, da ist One-Shot. Vielleicht. Das Problem ist, dass ich noch Badchats unterwegs... Ich hoffe, ich werde das nicht gesehen. Während der der Capt. Das Problem ist, wenn Badchats hier noch an tanzen, dann wird es witzig. Und diesen Zug. Also, da muss ich sehr aufpassen. Da kommt der HM. Wir schlagen normale Munition ein. Ich fahre eh hoch. Der HM kommt zu mir. Badchats sind da hinten. 7, 12. Jawohl, wir haben verloren. Schade sowas. Ja, der Kollege hat es mitbekommen. Ich kann nicht wegdenken, Kollege. Du wirst schon kein Gegner für mich. Meine Kette repariert sich sehr schnell. Also... Ah, keine Sorge um meine Kette. Die Badchats, sie sind... Einer ist voll, der zweite nicht. Schade, ich dachte, mein Team ist besser dran, aber... Ihr seht, das Team macht einfach was. Was es nicht kann. Und zwar im Team spielen. Beziehungsweise... Packen sie es einfach nicht. Und da ist keiner. Mir wird gleich wahrscheinlich eh Badchats einer von der Seite kommen. Ja, ich soll mich schon Arschkarte, weil von der anderen Seite kommt noch jemand. Und da ist noch jemand. Ja, was soll ich machen, Leute? Darum ist die 75. Da kommt mir auch noch Damage rein. Ja, was soll ich machen, Mann? Ich muss tanken versuchen, aber das schaffe ich schon möglich. Ach, was für ein Noob-Team-Halter. Das ist unglaublich. Naja. Immerhin beruhigt die Musik nicht ein bisschen. Letztes Match, aber wir haben wahrscheinlich sehr viel Damage gemacht. Ja, meistens Damage. KV4 0er. T28 0er. 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 Vielen Dank.